Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Niklas Castella hat die Verantwortlichen der Knappenschmiede nun überzeugt und kommt vom Landesligisten VfL senden zum U23-Team unseres FC Schalke 04. Niklas Castella hat damit die Verantwortlichen der Knappenschmiede im Training, aber auch während seiner beiden eines in den Testspielen gegen die Oberligisten Sportfunde Baumberg und ASC 09 Dortmund, als er unter anderem zum 4 zu 0 Traf überzeugt. Das 90-jährige Stürmertalent wird ab sofort für die U23-Mannschaft unserer Schalker in der Regionalliga West auflaufen. Der Rechtsfuß kommt vom VfL senden, für den er auch als Jugendlicher aktiv war und spielt dort zuletzt in der Landesligamannschaft. In der Staffel 4 hat Niklas Castella in 16 Partien 24 Treffer erzielt und führt somit auch logischerweise bei so einer Anzahl die Torschützenliste an. Wie herausrankt diese Quote ist, zeigen die beiden Zweitplatzierten. Schian Bullard vom SV Eintracht Aarhaus und Tim Grämme vom FC Viktoria Heiden haben jeweils 12 Mal getroffen, also gerade mal die Hälfte der Treffer, die Niklas Castella erzielt hat. Castella ist nach den Niederländern Nelson Amadin, der zuletzt vereinslos war, der zweite Winzerneuzugang für unser U23-Team. Das Lukas Frenkert, der nach einem halben Jahr zum Liga-Rivalen SC Preuss Münster zurückgekehrt ist und Brooklyn Ezee, den es zum Drittligisten Viktoria Berlin gezogen hat, verlassen haben. Also auch da gibt es zwei Neuzugänge, aber eben auch zwei Abgänge. Ihren ersten Fliegspiel-Einsatz für die Königsblaue U23 könnten Niklas Castella und Nelson Amadin am Samstag im Spiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach haben. In der Partie zwischen dem Tabellen 13. und dem Tabellen 14. Anschließend wartet auf die Mannschaft von Trainer Thorsten Fröhling. Zwei Partien gegen Mannschaften, die schlechter platziert sind. Zu ihrem ersten Regularliga-Heimspiel des Jahres wird die Schalker U23 am 29. Januar die Sportfunde Lotte erwarten. Den Tabellen 15. der 4. Liga-Anstoß dieser Partie wird um 14. und im Parkstadion sein. Und genau eine Woche später geht es dann zum Tabellen 17. zum FC Wegberg-Beek. Also, so also die Planungen unserer U23. Ihr habt ja auch ein paar Kommentare geschrieben, ein paar Updates zur zweiten Mannschaft zu U19 gerne mal bringen. Und jetzt ist eben auch klar, dass Niklas Castella, der wirkliche Top-Torjäger der Landesliga, nun für uns in der Regionalliga stürmen wird. Und ich bin echt gespannt, was wir von dem noch so hören werden. Eure Meinung zu U23 gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!